Bei jedem Fett, also gut, ich weiß auch, man kann ja auch keine Symphonie malen, Alter. Ja eben, du musst halt ein Orchester. Was? Dennis, was? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde, Scribble Yo. Wir sind wieder zu sechst, ich bin dabei, Nico, Dennis, Rebecca, Chris und Dario. Und los geht's. Ne, ne, seh ich gar nicht ein. Doch, was ist los? Ich schwitz am Arsch. Nice. Ah, ah. Lust da, Rettetik, Lastkraftwagenfahrer. Ach du, das ist, ne, was ist das? Ich schwitz am Schneefloch. Oh mein Gott. Alter. Warte. Hey, ihr seid doch Wichser, was, was, wo? Das endet mit K. Seid ihr blöd? Ja, überlegt da. Ein Eiswierschrank. Der Zweifelstart. Ich kann deine nächste Spiele in den Schneefloch malen. Ich hasse mich selbst, wetten. Ich hasse mich selbst. Ja, Manuel, schreib gefriert Ruhe hin. Der war in den Gefrierschrank. Ja, es ist okay, Gefrierschrank ist okay. Ja, es ist ein Adler unten gewesen, alles gut. Ja, das ist ein Adler da oben. In seinem Auge ist zwar irgendwie ein bisschen verrutscht, aber egal. Ist da hinten gewandert. Ach, ich sehe, es ist wieder Gefrierschrank. Das ist ein Adler. Jetzt. Nee. Der reicht, Adler. Möbelverkaufsstelle. Das quält mir sehr gut. Verzweifelter Versuch, Möbel aufzubauen. Hey? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Scheiße. Nein, sie ist da vor mir. Verkackte Kacke. Spät verkauft Produkte für 1 Euro. Oh man, ich habe so reingekackt eben. Das gibt's gar nicht. Rettbecker, ich hasse dich, ne, ich hasse dich. Ich habe zehn Sekunden gestruggelt, bis sich das endlich richtig verringen geschrieben hat, weil ich habe die ganze Zeit statt dem Doppel-N, dem Doppel-Mail reingeschrieben. Ich war die ganze Zeit überlegen, so Köttbullar oder wie die... Köttbullar! Ich habe mir gedacht, das hat so einen komischen... Er machte einfach Hack-Fly-Space, dann ist das einfach... Nein, aber ich war da so drin mit dem... Boah, das muss irgendwas Schwedisches sein oder keine Ahnung. Nice, null Punkte bis jetzt. Guter Start. Nice. Das ist ein Kackstift. Oder ein schwarzer, der einen Mittelfinger zeigt. Kann auch sein. Das ist doch vielleicht ein schwarzer Mittelfinger. Der hat irgendwie zwar ein bisschen gelbe Fingernägel, aber... Normal. Hä? Okay, Mono. Okay, Mono. Holy fuck, das kann doch nicht sein. Ja, das ist halt nicht am Arsch, aber... Den falschen öffnen. Warum ist da ne... Halt's den Maul, Alter! Ich hab's einfach nur falsch geschrieben, Mann! Grissi, Alter! Falschen öffnen. Falschen öffnen. Oh mein Gott, was? Was? Warum ist da überhaupt ne P90, Alter? Ja, wohl. Ja, genau. Ich dachte irgendwie, dass er den Soßen behält oder so. Mach auch immer mein Bier mit ne P90 auf, Mann. Mann! Läuft mein P90, um mein Bier zu öffnen. Warte, Scheiße! Nein! Löschen! Oha! Nein! War nix! Hier geht's rund! Warte! Ich hab's, guck! Da... Wie nennt man den Scheiß, Mann, nochmal? Ey? Ey, das... Ihr habt das alle wahrscheinlich. Bitte? Wir hassen dich alle? Das hier ist halt rot ausgemalt, das hier gelb... Du kannst auch ausfüllen, ne? Ja, ne, hab ich gerade eben ausgemalt, das ging nicht. Ja doch, du musst halt nur alle Flächen schließen. Ja, mancher packt das aber. Das war bei mir auch schon. Das ist grün! Das sehen wir. Oh! In der Mitte hier ist auch so ein Kreis. In der Mitte ist auch ein Kreis. In der Mitte ist auch ein Kreis. Ja... Hä? Ich hab keine Ahnung, ja. Safari Ball. Was mit Nico ist da eben rausgeflogen? E. E. Ja, Alter, ich hab... Aaaaaaah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, ich hab's da unten gemerkt! Ich auch, Alter! Aber ich hab da never dran gedacht, Mann! Du hättest noch ein Monitor-Zeichen müssen, oder? Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt wieder... Wieso... Wieso gibt's das Wort und warum drück ich auch noch drauf? Ähm... Ach, wie soll ich denn das... Wie soll ich denn das... Wie soll ich denn das... Ich versuch's einfach mal... Ja, ich hab keine so viel Zeit dafür eigentlich... Ja, das kenn ich... Manchmal bräuch ich mal mehr Zeit. Ähm... Ja, ich hab keine so viel Zeit dafür eigentlich. Ja, das kenn ich. Ist das nicht Detektiv Dario? Ist das nicht Detective Dario? Sorry, dass ich schreib, aber sonst geht's nicht. Alter... Du willst einfach gar nix malen dürfen, Jungele! Can't see me. But time is now. Ahhhh. Warum ist der tot? Der ist im Ring, Alter, der ist K.O. Der ist tot. For fuck sake. Oh, Blume. Und das wird Splinter Cell, Achtung. Darüber was malst du da? Hat er nen Lutschmund? Er hat nen Lutschmund. Was denn? Nein, nein, nein. Oh, du bist so blöd, Mann. Das ist die größte Missgeburt, die ich jemals gesehen hab. Oh, Mann. Ich will dir so nen schönen Herzmund machen. Alter, da ist n Ding, ich weiß... Junge, das ist zu krank, ne? Ich will aus dem Wahler leben. Holy fucking shit, Mann. Ich muss das nicht nehmen, aber, Junge, ist... Okay, Mensch. Der hat ne Gabel in der Hand, oder so. Der da? Ein Stück Fleisch? Ich muss nicht. Wie legt der den ab, oder? Wann ist er? Hä? Vielleicht sehen wir die Ideen aus. Demonstrationen. Es kommt hinter neben, Alter. Ja, ich hab immer von Henry auch gedacht. Okay, ich glaub es wäre ziemlich gut geworden, aber ich krieg es gerade raus. Ja, ich weiß was du meinst, aber... Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, Alter, krass. Das ist legide, aber das ist richtig schwer, Alter. Ultraschwer. Das ist richtig schwer. Bei jedem... Also gut, ich weiß, man kann ja auch keine Symphonie malen, Alter. Ja eben, du musst halt ein Orchester. Dennis, was? Halt, 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 Dennis. Halt. Stopp. Stopp. Dennis, warum? Was? Warum? Stopp. Wegen dem Bindestrich. Wegen dem Bindestrich. Das kann nur eins sein. Nein! Natürlich kann es nur eins sein. Ich hasse dich, ne? Warum ist das K in der Mitte groß, Alter? Ich weiß nicht, Dennis... Ich sag's euch, weil es sonst einfach hohl ist. Dennis schreibt das jede verfluchte Runde in den Dingen. Und Dennis, du bist... Das... Ja, war kein Müll, das hast du nie gesehen, dass Dennis es geschrieben hat. What the fuck? Der schreibt immer Lastkraftwagenfahrer. Na, ist das, ne? Drei Buchstabe Bindestrich 6. Und der ist einfach LKW-Fahrer. Aber instant. Okay, what the fuck. Niemals. Alter, Dennis, Mann. Du cheatest. Du aber auch immer. Du weißt es auch mal direkt. Hey, hör mir auf. Das war ja grad eben kriminell. Das war wirklich sauschneid, also das war... Das ist wieder tief, Achtung. Tiefer, ja, Mann. Das ist wieder fett geworden, aber egal. Oh, ich habe den Nippel. Und der macht halt, also... Ehh, 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 Ehh. Das ist gut, ja. Hüi! Die Geräuschkulisse, Alter. Er sagt Hüi! Wie war es ein Kieskos? Wie war es ein Kieskos? Oh, yeah. Oh, yeah. So... So... Ach, weißt du was? Jetzt habe ich eh weniger Zeit... Jetzt ist das sogar... Jetzt wird das auch noch in schwarz geraten. Ja, komm, dann machen wir es halt minimalistischer, weil wir keine Zeit mehr haben. Danke. Junge Chris, Alter, ohne Witz, ich habe mich... Dann hat man mit dem... Oh, die Flagge gemacht. Kriminell. Okay, ach, jetzt gibt es wieder irgendeine Person. So eine arme Geschmack mit Nase. Jawohl. Auch wenn es so aussieht, hätte ich jetzt eine Zigarette irgendwie da... anstatt mit einer Nase, aber... Sie sind källig. Es hat eine Idee, in der Kopf. Er ist eine Idee, in der Kopf. Nein, nicht die Idee... Nein, nicht die Idee. Nein, ich bin... Huh? Hehehehe Hehehehehe Oh mein Gott Hehehehehe Hehehehe He is going just fine Hey, wake up Jetzt hat sie angestupst Oh, ist mehr egal Oh, was denn da passiert? Denn das ist gut, das wirst du klar sehen Ja Sonst meinte ich immer Haare dazu, Dennis Es gibt eigentlich selten Leute, die die Glatz haben Und wenn die Haare nur Keine Ahnung Ich weiß ja nicht, Chris, deine Wörter, die hätte ich gern Die Begriffe, keine Ahnung Ich hab irgendwie immer so welche, die wir irgendwie schon hatten Muss aber kurz googlen Was ist das eigentlich? Dann muss es wirklich schwer sein Nee, eigentlich nicht, ich hab nur Keine Inspiration oder was gerade Keine Kreativität, wie du das am besten zeichnen sollst Ach du heilige, was gibt denn das? Ach du heilige, was gibt denn das? Er hat das doch Serbien, oder? Koriander Vor allem Koriander Er malt den Balkan, Achtung LUCXENBURG LUCXENBURG Wie heißt das? Ja stimmt, LUCXENBURG, ja Von der Form könnte es fast hinkommen Uhhh Was? Wenn das... Warte mal Wenn das Ding ist, das... Das muss ja ein Land sein, also wie heißt das? So... Wir werden es geschieden Hä? Wo sind wir denn hier überhaupt? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Okay, gar nicht so schwer Was für Länder sollen das denn sein? Ja, überleg doch Damit das jetzt nicht schwer ist Land Ja, die sagt Manuel mal Das ist ein bisschen genauer Wenn das... Hey ihr seid doch blöd Warte mal, das links soll Deutschland sein Nein! Doch, doch links, doch links soll Deutschland sein Ja, was ist das rechts? Warum sind die Polen, die Polen Die Polen waren nicht die Nazis Ja, was sind da die Blitze? Okay Mit dem Blitzen zusammen Tschechien Aua, ich krieg Schmerzen im Kopf Ich schreib da Mazedonien, Lichtenstein, Montenegro Das ist Tschechien, Alter So was hab ich immer verloren Guckt mal auf die Landkarte, bitte Was ist das feggefeuer damit? Was ist die Landkarte? Ähm... Wie ist das aus? Feuerbändiger ist das Avatar Das ist scheiße Ich hab voll den... Ich hab keine Ahnung, wie das aussieht, was ich eigentlich zeichnen will Das ist eine Feuerpeperoni Eine scharfe Peperoni Nee, das ist grad voll Ich hab grad echt voll scheiße geworden Ähm... Das war das dämlichste Tschechchen, das ich gesehen habe Alter, guck doch mal nach, das war einfach on fleek, Mann On fleek? Wo war das on fleek? Entschuldigt Entschuldigt, ich bin... Keine gute Zeichen Entschuldigt Was ist das wieder? Das ist ein Mosasaurus Von oben Ich komm grad gar nicht drauf, wie das... Was ich malen will eigentlich aussehen soll Okay Kenn ich auch Entschuldigt Hä? Mit Feuerschild, bitte, Mann Und... Auf dem Friedhof Wenn es wirklich Funken-Sprung ist, das habe ich geschrieben Knallfrush pull du zu FIR Ich hab noch Kondens-Wasser und Kill-Hackbraten Das sind immer gute Begriffe, keine Ahnung Kondenswasser, Alter Kondenswasser, hey life thing Ich sag, die haben richtig viele neue Begriffe dazu gepackt Ehhh... Ehhh... E 어... Er hat kein Oops Der ist deshalb... Der ist zum Chines geworden Äh äh... Biu... 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 Äh... Oh, der soll doch gerade, komm Ehh, der liegt halt jetzt schon am Boden, aber... Mir leid. Ey, der schießt jetzt halt vorbei. Der gibt's nen Lag. Also der Delay. Der Delay. Der schießt der andere schon umgefallen. Ah ne, Quatsch, natürlich. Es sieht aus, als hätte der irgendwie so ne Pipi-Pistole oder so. Oder ne Wassersprutzpistole. Los. Oh, pfff, erstmal alles löschen. Ja, wisst aber, das Bild noch grad eben gut. Ah, wie mach ich das hier? Oh, Dennis, was tuchst du, Mann? Ach, Dennis, hör doch auf. Oh, boi. Ach, komm, Dennis, hör doch auf. Ach, komm, Mann, hör doch auf. Nein, 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 nein. Oh, der kommt. Was tust du denn? Ich weiß es nicht, Panik. Alter, alter, was, was wusstest du? Oh, der sollte nicht mehr lachen eigentlich. Ja, ich würde da auch in erster Wahl einen Mut malen. Das macht Sinn. Ugh, oh, komm! Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah, jetzt ist es wirklich ein Böller. Juni, ich hab Kimke Däschchen noch als Auswahl! Was mag ich denn? Okay, dann ist der Böller schon okay. Auf der anderen Seite sieht die alte doch genauso aus, wie wenn der Böller explodiert wäre. Genau. Deswegen weiß kein Unterschied, was ich nehme eigentlich. Oh, ne grüne Straße. Was? Alter, was ist das für eine Scheiße, man? Wo hängt es denn links? Ah, unten, glaub ich. Also links. Links ist der Fehler, weil es genau da ist. Solid. Das ist ein Lammseine, oder? Wow. Oh, Juni. Da hab ich schon geschäbert eben, Alter. Ja, alle meine Wörter waren so. Irgendwie sind meine Wörter nicht zu schwer gewesen. Däschchen, ich fasse immer an, Alter. Was gibt das wieder? Oh mein Gott. Hä? Was? Hä? Ah. Oh. Oh, das kann mein Glas und Sektglas. Mein Gläser ist im Grund. Und Gulis schreibt man mit Y. So ist das alles. Weiße, alter Guli mit Y, Decker. So, da bin ich wieder. Oh, weißt du. Oh. Oh, ich hab grad keinen Bild auf den Augen. Ich hab grad keinen Bild auf den Augen. Was auch mal gedrucken. Aber ob das einmal schon mal irgendwie... ... einen pinken Stab? Ja, ne. Das weiß ich nicht. Ich hab den scheiß Buchstaben mal, Y Ich werd den scheiß Buchstaben überhaupt erfunden, ey Entspot die Farben Ja? Was gibt das denn wieder? Oh shit Ach Chris, hör doch auf Was tut ihr da, man? Ich seh da gar nicht Ne Schnur, Alter Oh shit Junge, ich tue jetzt nicht Dennis aufs Kampelhut Jetzt hat er den Mund Aber wie schlimm ist, weißt du bei Dennis, der macht so ne Scheiße Und es findet jeder direkt raus Ach du, ach du Scheiße Äh Oha Äh Junge, wie geil ist das denn? Tiefste Toilettentower oder was? Tiefste Toilettentower oder was? Oh Oh Danke Oh, ja Oh Oh Alter, wie kann man das, hä? Ich weiß, aber das Erste Ja Ich weiß es nicht Hä, du Oh mein Gott, Alter Da, da, Dennis hat's geschrieben, Dario Er schreibt's einfach zweimal, kriegt's aber nicht hin Oh mein Gott Kommt da noch was ein? Oh 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 Bis dahin Tschüss Tschüss